Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Schlacht um die Lende 2, The Age of the Ring Mod. Wir werden hier gerade von ein paar von den Elben belagert und wir versuchen uns gerade zu expandieren auf die nächste Insel hier rüber. Ihr seht schon, dass ich hier anfange, Türo zu bauen. Und ich schicke auch gerade ein paar Fledermäuse, damit die Waage ausschalten können, dadurch, dass die ja nicht erwischt werden. Während hier eine riesige Armee Orks einfach alles auffällt und wir dann mit denen auf die andere Seite rüber laufen und dann versuchen mit Masse ein bisschen zu überlaufen. Ich will mal probieren, sozusagen die Orks auf Masse zu spielen, weil du kriegst relativ billig viele Einheiten. Oh, what? Wie viel Damage macht der denn? Alter, die sind schweineteuer und sie bringen sich nichts. Ist jetzt gestorben? Scheint so, Alter. Macht der Damage. Aber natürlich haben es die jetzt nicht übersehen. Die schicken wir jetzt nach drüben. Das Lager wird angegriffen. Dann machen wir einen Luftangriff auf Waage und dann haben wir da schon mal die Seite beseitigt. Im Tum kriegen sie sich gerade nicht wirklich hin. Ich schicke ein paar Orks auch mit rüber, weil... Ich finde es gar nicht, wie sie sehr gut zusammen. Das ist ja gegrindet. Dann bauen wir da vorne zu, hoffentlich. Das ist ja auf jeden Fall der Plan. Wie sie von hier jetzt angreifen. Das sind ja voll die Assis. So. Noch ein paar Belagerungstürme der Goblin 8. Vielleicht nicht davon ausgebildet. No more singing, please. Interessant, wie die reagieren. Ich hätte ehrlich gesagt nicht gedacht, dass sie jetzt so ruhig sind, dass sie da hier hinten anfangen rumzumachen. Wo denn? Das bisschen, was sie da machen, nennen sie das in dem Lager. Wir werden angegriffen. Ja. Wir werden angegriffen. Macht euch wieder an die Arbeit. Diese Armee ist schon groß genug. Hoch mit euch, ihr faulzecke. Hoch mit euch, ihr faulzecke. So, dann müssen wir halt hier noch ein paar Türme platzieren, wenn sie jetzt so sauer werden, ne? Absolut kein Problem, würde ich sagen. Ich finde das so witzig. Die stellen sich einfach so hin, so. Jo. Jo Problem. Ich mach halt, ich kann da doch grinden. Timbering, Chris Moria of production, okay? For six people are all kills earned extra resources. Okay, so the layer to gain control of the layer of the creatures, okay? Das finde ich cool, wenn wir mal richtig schnell produzieren wollen. Sie stellen sich halt hier echt hin, ne? Das ist der Gefechtssitz ein bisschen. Sie greifen den Baumeister an. Der Feind ist in unserem Lager. Haltet euer Werkzeug bereit. Macht dich nützlich. So. So. Das ist mein Protruber. Das ist mein Protruber. so wird sie sie bleiben einfach stehen das war die Opfer die Saison hier kann ich dich die Euro die drauf wollen jetzt sind sie da auch Mittag das ist noch ein Gebäude fertiggestellt verteidigt den Baumeister das ist wirklich gern hier hier doch nicht riesig böse ja nun muss zählen zu liefern dann lassen wir doch mal hier die taten sprechen von moria dann schauen wir sich einfach aufstellen ein neuer riese erhebt sich geil wir haben eine neue hülle arbeitet an eurer einstellung irgendwer schießt hier das gebäude ist fertig sie greifen den baumeister an moriok production erhöhen noch mehr noch mehr krieger sie haben den baumeister erschlagen sie greifen uns an zubefegen habt ihr das gehört da ist ein ent das ist ein ent so ob es hier die krieger sind hier die burgesschüsse sind hier jetzt wir werden unsere lager vielleicht da hier wird nicht gefaulen so macht was euch befreundet macht dich nützlich noch aus dem feuerberg kommt schon das problem ist halt für sie dass ich halte so eine übermacht sie haben so langsam ich würde es dadurch hier noch ein bisschen produzieren verteidigt das war weiter jetzt haben wir halt hier ein her stehen was dezent overpowered ist das sehen sie nicht gefaulen soll auch nicht gefaulen oh what dem wir irgendwo ein entstehen und der kann mächtig weit schießen das ist unangenehm wir brauchen mehr Rohstoffe und wir werden dann fertig das auge beobachtet uns genau das wollte ich eigentlich vermeiden das anfängt mit end zu arbeiten verbrennt den end das ist diese blöde end da ist der end was machen wir jetzt Sie greifen das Sägewerk an. Sie greifen das Sägewerk an. Was war jetzt denn schon wieder? Komm schon. Oh Mann. Du kannst nicht darum kommen, dass unsere Gobelntown der größer wird. Je mehr Gobelntown wir haben, desto unnötiger wird es, dass wir was vorbereiten müssen. Dem ist ja noch ein Übergang, den Nutzen ist ja fast nie, oder? Unsere Bogenschützen sind bereit. So. Mal ziehen nachproduzieren lassen hier. Hier auch nochmal. Für 15 können wir hier White Winter holen. Das ist ja auch gar nicht gut. Wir kriegen Increased Powers. Die wird erhöht und dann kriegt sie direkt sie zur Ausbildung. Jetzt ist es für mich ein Grind Air. Dann müssen wir noch ein paar nachproduzieren. Die Elbenhexe. Die Elbenhexe, was? ein ÅÄHs. ja schickt sie los wunderbar toll sind auch gekauft wir brauchen mehr Rohstoffe das Auge beobachtet uns ein Leuchtfeuer schau mal jetzt fliegen wir hier rüber während die restlichen fahren jetzt ist es eine gute Frage die nimmt voll Damage Alter, die ist tot Alter, die wieder leben die, oder? jawohl ja, mein Baubeister verloren sucht einen neuen das ist eine Falle so, nach der vorne mit euch mit euch da ja 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 Ja, aber wie lange halten sie diese Massenanhalte aus? Ja, da kommt ein Komplett her! Bordet bret! Ja, da kommt ein Komplett her! Bordet bret! Die Höhle ist bereit! Weil jetzt kommt halt dauernd doch mir nach! Die greifen das lange an! Die Höhle hat er Sie und Möte wie schnell die Eichhörer nachkommen Woher mit dem Fahnen kommen? Da kommen doch viele Jetzt geht's ab. Jetzt kommen Orkorden. Lass die Heere marschieren. Jo, klar, was haben sie jetzt vor? Oh, sie werden wieder entwertet. Haben sie mal eine Riesenaufwand nicht getan, oder was? Oh, scheiße, hell. Ihr habt euch das unbedingt nicht einfach gemacht. Dass sie einfach die Heere aufeinander schicken. Holy Shit. Also es geht viel, es geht noch mehr und dann komm ich. Nein, hier. Jetzt halten wir das Lager an. Bereit? Bereilt euch! so habe ich denn hier noch was schönes ich habe diese eigenen und das ist auch nicht schlecht und das ist ein bisschen haben die höhe erweitert was sagen wir sonst noch bauen so ich bin noch der drachen ort glaube ich sogar da schaut doch nicht anders da alles ist ja leckt mein pc sogar holler die wald wir haben das gebäude eingenommen die schon tot sind ich versuche jetzt gerade mal echt mit was ich glaube nicht dass das hilft aber leute wir haben schon wieder 22 minuten hinter uns das war es für diese folge ich hoffe euch hat es gefallen wenn ihr alles um einen daumen nach oben da abonniert wenn ihr noch nicht habt und wir sehen uns in der nächsten folge wieder also bis dann ciao Ooooooooooooh!